wir können es diesen pumpkin pie nachmachen so als pixel art ja und damit würde ich sagen mal leute ja wie geht's euch ja gut alles gut bei mir so wir wollen pumpkin pumpkin ja ich habe schon ein und dann 12 und dann sehe ich das hier 11 21 23 456 wunderschön dann wenn musst du das auch noch damit machen das will ich auslassen und diese er so kann also ecken würde ich eigentlich vermeiden wenn ich okay das sieht schon jetzt strott aus wir werden wir müssen wir müssen pixel für pixel original getreu bleiben jetzt einfach einfach nur irgendwie wolle noch rein haben einfach irgendwie das teilzeug hier rein haben einfach irgendwie ist egal wie ja vielleicht lasst es sich irgendwie retten vielleicht sieht es ein bisschen gut aus dann wird obwohl wenn die orange eine wolle weg gerne dann wüsste ich gar nicht mal so schlecht aus ich würde es jetzt nicht essen persönlich aber ich glaube ich habe schon schlechteres gesehen ja ja beste das sieht schlecht aus dass er wenn wir damit nicht er sich wird das wie porten eigentlich ja warum ich meine eine an uns eigentlich gut geht der eine uns gut gegeben der einheit und ich weiß ja wo ist es ein aha verstehe ich nicht ok 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 das ist halt das ist super das ist super ich finde das jetzt nicht so schlimm das ist gut sehr ich geil das ist mm epic sie haben sich so mit diesem mit dem teller dann ja das ist gut das ist ich fertig geworden da denke ich mir dann immer gebe ich gebe ich einmal nicht ich gebe ok ja das sieht eigentlich ja es ist halt ich kann damit leben es ist nicht recht besser als unseres ja ok eigentlich schon ja es ist ja gut sieht jetzt nicht aus ja 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 was ist also bin ich nicht so schön ehrlich gesagt ja das ist halt eine nette idee aber es ist das ist super pur für mich es ist halt oh nein war die idee ist gut dass das alles ausmacht aber das ist stein noch nichts mehr im kurs damit kann ich also das war echt das beste finde ich ja die anderen waren irgendwie mir alle zurechteckig an wer die gtg 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 founden fanden nein kics laut nee als wenn ich will levanten bauen ich will ja fanden bin dafür dass wir so ein park machen wo dann so ja so richtig gewaltungen das sind mit mal gazes boden nehmen oder ja doch ein klein teich war ja machen wir ein teich und im teich ist dann so eine pumpe die wasser ausschießt es war mit seinen park gebaut ich habe keinen fronten ich kümmere mich um die deko aber ich denke es könnte gut aussehen was das haben wir schon oft gesagt und dann war es echt hässlich ich denke es ist es geht hässlicher es geht halt echt hässlicher bis jetzt was da noch kommt sonst ist es erwartet ich mache lillipets was ich jetzt machen würde ist ich würde hier einfach so aufbauen und dann einfach hier so wasser platzieren und verkacken sein der block hast du jetzt gerade nicht so optimal passiert muss pixel man muss jeden block nehmen wir einfach ein schwamm vier minuten nur noch ja also wir haben jetzt auf jeden fall schon länger kein video mehr hochgeladen falls ich aufgefallen ist es bringt einfach gar nichts ich hab schon mal debaten war denn es muss von ganz 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 oben kommen so dass man halt keinen plan hat von wo jetzt noch höher meines geht nicht du musst genau dort passieren hast du es und jetzt bleibt einfach gesteckt nicht in der luft ja wunderschön also es geht schlechter beleuchtet das was du da gemacht hast ist die tscheche also wenn man so also dass es von irgendwo kommt beleuchtung nein das ist hässlich aus warte ich komme nicht rein wenn wir das somit sowohl es machen würden aber ich hier schau da außerhalb finde ich das auch ganz cool wenn sie das so machen würden das wasser ich komme nicht aus dem wasser raus also meist unterwasser beleuchtung ja ich kann nur es packt halb pixel ich komme nicht aus dem wasser raus okay dass die welt über hässlich aus naja aber also ich die idee ist gut aber die uns ist dreck was ich schlecht finde ist das ist schön ja gut super super ja wir wollen so viel auch aktiver wieder videos machen ja auf jeden fall also schreibt doch mal andere sachen dass das ist nicht das ist das ist gut 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 auf jeden fall er schreibt mal andere sachen an die wir bei ich meine jetzt so bad muss oder so werden wir sicher mal wieder machen sorry leute das ist ein bisschen bei mit legt dafür nicht ich finde es okay ja ja okay ich habe eine sache das ist das ist gut das ist halt gar nichts aus das ist nicht mal beleuchtung wir hatten beleuchtung was ist das das ist ihr garten vielleicht oder so ja das ist ein ihr garten mit eingang ja ich bin ich habe sich gewertet ist gut aber umsetzung ist jetzt auch wieder das ist halt nicht okay dass das das ist das ist das ist das ist das ist gut das ist gut ja okay das ist halt wieder warum ist da nur die hälfte gebaut der fläche ja das ist okay das ist gut ja ja wir haben die mühe gemacht umgebungen zu bauen das soll ein stator ja so schlecht war es jetzt auch nicht und es gab so schlechte sachen bis jetzt ja schreibt auf jeden fall ein paar sachen rein die wir bringen könnten ich hoffe euch hat das video gefallen auf jeden fall und ja ja